Warum reden einige nicht, obwohl sie wissen, dass das Pflicht ist? Was ist die faule Ausrede? Ich habe keine Zeit. Keine Zeit? Wie du hast keine Zeit? Was für Zeit? Du hast keine Zeit fürs Paradies? Ja, ich muss arbeiten. Achso, du musst arbeiten. Du arbeitest 24 Stunden am Tag oder wie? Das ist aber wirklich ein sehr schwieriges Leben, wenn du 24 Stunden am Tag arbeiten musst. Von wann bis wann arbeitest du denn? Hast du bei der Arbeit keine Pause? Du hast doch irgendwann Pause garantiert. In der Regel haben die Leute irgendwann Pause. Manche haben eine Toilettenpause. Gut, dann redest du mit deinem Chef. Sag, schau mal Chef, ich kann auch gerne was mehr arbeiten an einem anderen Tag. Gib mir bitte die Zeit, dann und dann zu beten. Ich bete kurz und ich brauche... Man muss das dem erklären, weil der weiß vielleicht gar nicht, was damit gemeint ist. Der denkt vielleicht, du willst jetzt mit dem Auto 50 Kilometer bis zur Moschee fahren und bist dann in zwei Stunden wieder zurück. Der denkt vielleicht, das Gebet dauert eine Stunde. Gebet geht schnell. Es kann in fünf Minuten mit dem Gebet fertig sein. Und hast das gültige Gebet gemacht, hast deine Licht erfüllt. Wenn du zum Beispiel gar nicht hinkommst, dann legst du die Zeit so, kurz vor Ende des Dor-Gebetes, du betest Dor und dann betest du das Asser-Gebet. Solange du einen Rakat vor Ende der Zeit geschafft hast, hast du das Gebet geschafft. Als Beispiel. Ich sage nicht, ich soll sich arbeiten. Arbeiten ist auch Iberda. Arbeiten ist keine Iberda. Arbeit ist eine Lebensnotwendigkeit. Essen ist auch keine Iberda. Arbeit kann eine Iberda werden, wenn ich es mit einer Niha mache, um damit etwas Gutes zu tun, beispielsweise. Aber wenn ich durch die Arbeit meine Gebete verpasse, ist die Arbeit definitiv keine Iberda. Und wenn ich arbeiten gehe, heißt das nicht, ich muss nicht mehr beten, weil ich eine andere Iberda mache. Und so könnte ich dir auch sagen, ich faste im Ramadan, ich bete ja. Beten ist auch eine Iberda. Das ist immer diese faule Ausrede, die man bekommt. Einer sagt mal zu mir, ja wie sollst du auf der Arbeit Gebetswaschung machen? Wo arbeitest du denn? Auf der Baustelle. Warum sollst du auf der Baustelle keine Gebetswaschung machen können? Ja, wo ist da Wasser? Ja, nimm dir eine Flasche Wasser mit. Und außerdem, wenn du gar kein Wasser hättest, kannst du Verjemmung machen. Nehmen wir mal an, du fährst jetzt mit dem Auto durch die Wüste und es ist nirgendwo Wasser und es kommt die Gebetszeit. Dann kannst du das mit Staub machen. Dann machst du einen Schlag drauf, gehst du übers Gesicht und machst so. Und das reicht dann. Warum? Weil du hast keine andere Möglichkeit gehabt. Oder ich meine, du bist irgendwo eingesperrt, kommst nicht an Wasser dran, aber du hast doch wohl Wasser auf der Arbeit. Ja, aber die Toilette. Was ist denn mit der Toilette? Ja, die Toilette ist dreckig. Wie soll ich mich denn da säubern? Säubern auf der Toilette? Also er meint jetzt Istimja machen. Erstmal muss man eine Sache verstehen, guck mal. Istimja. Also mit Wasser sich zu säubern ist Zunge. Das wissen viele nicht. Sich zu säubern ist Bedingung, ist Pflicht. Das heißt, wenn ich mich mit Klopapier saubere, dass an der Stelle, wo Kuto da hin reinkommt, nichts mehr dran ist, reicht das. Wenn ich mich damit zum Beispiel mit Papier dreimal, reinige die Stelle. Allerdings, wenn dieser Urin von der Stelle, wo es normalerweise austritt, raustropfen würde und eine Stelle kommt, wo es normalerweise nicht hin wird. Diese Stelle muss ich mit Wasser säubern. Oder mit etwas, was die Nerjesa vollkommen beseitigt. Was haben wir da in der heutigen Zeit? Feuchttücher. Mit Feuchttüchern kannst du super arbeiten. Nach Hanifitischer Rechtsschule reicht das vollkommen. Du kannst damit die Nerjesa vollkommen beseitigen. Und es ist sehr einfach. Es ist eine Organisationssache. Dann kommen Frauen, beten nicht. Ja, aber dann sehen mich ja Männer beim Gebet. Das Gebet, Leute, wird nicht ungültig für eine Frau, wenn sie beim Gebet gesehen wird. Ich weiß nicht, woher diese Legende, dieses Märchen kommt. Die sagen mir, ich kann ja nicht beten, weil ich werde ja im Gebet gesehen. Bruder, Schwester, wenn du in Medina bist, überall beten Frauen und Männer. Natürlich. Wahrscheinlich kommt das, weil man sagt immer ja, die weiß nicht, warum die Frauen hinten beten ist. Wenn sie sich nach vorne beugen, dass kein Mann hinter ist, dass sie ihn schickt. Ja, richtig. Richtig. Deswegen wird die Frau, das heißt nicht, dass das Gebet ungültig ist, wenn ein Mann an dir vorbei rennt. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und es ist logisch, wenn ich irgendwo bete, auch als Mann, suche ich mir lieber einen Ort aus, wo ich meine Ruhe habe. Ich zum Beispiel, wenn ich draußen irgendwo bin und bete irgendwo, suche ich mir in der Regel einen Ort aus. Ich fahre auf irgendeinen Parkplatz, wo ich meine Ruhe habe, dann hole ich den Teppich aus dem Ort, alles Organisationssache. Und dann bete ich dort. Ich mache jetzt nicht nur in der Fußgängerzone und bin den Weg am Versperren, was auch nicht islamisch ist. Weil, man fühlt sich beobachtet, ich sage Quatsch, man will sich auch aufs Gebet konzentrieren. Aber nochmal für die, aber wenn du keine andere Möglichkeit hast, betest du so. Ja, aber der Boden ist dreckig, da wo ich bin. Wie der Boden ist dreckig? Bei was für ein Boden, wie, dreckig. Da meinen die mit, da ist ja vor einer drüber gegangen. Leute, der Boden ist dreckig, wenn da einer hingepinkelt hat. Wenn da Kot liegt. Der Boden ist nicht dreckig, weil da Staub ist. Staub ist nicht dreckig, aus Staub kommt Leben heraus. Staub ist vielleicht nicht schön, weil du willst, dass deine Kleidung schön aussieht. Aber Staub ist keine Negeza. Mit Staub machen wir sogar Tejemon. Der Prophet Al-Israel, als er die Moschee in Medina gebaut hat, die war so einfach gebaut, dass es da reingeregnet hat. Und die Moschee hatte keinen Teppich und die hatte keinen Marmor. Das heißt, wenn es da reingeregnet hat, haben die Matsch gebetet. Und dann hat der Prophet Matsch auf der Stirn gehabt. Alhamdulillah, Matsch ist nicht dreckig. Dann, was ist die nächste Ausrede? Ja, ich kann nicht beten, weil ich mache noch so viele schlechte Sachen. Die nächste Ausrede. Erstmal, welche schlechte Sache denn? Ja, ich habe eine Freundin. Erstmal eine Freundin zu haben, ist eine Sünde. Also ich rede jetzt davon, eine Beziehung, eine geschlechtliche Beziehung, ist eine Sünde. Aber die ist nicht so groß, wie nicht zu beten. Nicht zu beten ist schlimmer. Ich sage es jetzt ja, okay, weil ich eine Banküberfallen habe, kann ich jetzt auch eine morden oder wie? Das heißt, da mache ich noch eine schlimmere Sünde. Wenn du eine schlechte Tat machst, mach eine gute Tat. Lass der schlechte Tat eine gute Tat folgen. Nicht lass der schlechten Tat noch eine schlechtere Folge. In Al-Hasanat, Yud-Hibn al-Sayyad, die guten Taten löschen die schlechten Taten. Und die guten Taten führen auch zu den guten Taten. Dass du irgendwann damit aufhörst. Und das Gebet hält von Schändlichkeit und Abscheulichkeiten ab. Irgendwann wird es sich von den schlechten Wegen wegbringen. Was gibt es doch für eine faule Ausrede, warum die Leute nicht beten? Äh, das muss vom Herzen kommen. Echt? Das muss vom Herzen kommen? Ja, das machst du zwischendurch. Dann willst du das ja nicht vom Herzen gehen, ich zwinge dich dazu. Ich stehe nicht mit dem Baseballschläger bei dir vor der Tür und sage, bete. Ich sage nur, wenn du nicht betest, bist du in Gefahr, in die Hölle zu gehen. Du kennst es wahr? Ja, aber dann mache ich das ja aus Angst. Angst ist vom Herzen. Angst hat man in seinem Gefühl. Wir dienen Allah aus Liebe für sein Wesen, für das, was er uns gegeben hat, für das, was er uns vorbereitet hat. Wir lieben Allah aus Hoffnung für das Paradies. Und wir lieben Allah aus Furcht vor seiner Bestrafung. Sprich nichts dagegen. Was gibt es noch für eine Ausrede? Ich bete. Er kann noch nicht beten. Da sage ich, fang an, lass es dir beibringen, schäme dich nicht. Und ich habe dazu ein Video, Gebet lernen, kannst du dir angucken, da wird alles leicht und locker erklärt. Gut. Gut. Gut.